Diese Reihe ist keine Schulung und kein Tutorial zum Nachmachen. Es geht hier vielmehr rein um die Konzepte und Ideen hinter Apache Kafka. Jede Folge stellt so ein Konzept in weniger Minuten ganz kompakt vor, sodass ihr nach kurzester Zeit mit der Denkweise und den Ideen hinter Kafka vertraut seid. In diesem Beispiel oder in dieser Folge geht es um Publish Subscribe. Viel Spaß! Mit Kafka kann man auch Publish Subscribe machen. Klar, wenn man Topic, das heißt eine Verteilung von einer Nachricht an viele Empfänger. Ich kann an so einem Topic einfach viele Consumer registrieren und jeder von den Consumern, wie ich schon gesagt, hat dann einfach nur sein eigener Offset. Der eine ist jetzt hier in Position 2, der andere ist in Position 4 und jeder können wir unabhängig davon bewegen. Jeder würde auch, wenn jeder durchläuft von Null weg, würde auch jeder die gleichen Nachrichten sehen. Das heißt, jeder bekommt eine Kopie beispielsweise der Nachricht 3. Publish Subscribe mit Kafka, wie geht das? Wir machen das mal. Ich habe dazu drei Consumer. Jeder von den Consumer besitzt eine andere Group-ID. Group-ID A, B, C. Ich starte Consumer A, ich starte Consumer B und den Consumer C. Und dann schicken wir da mal ein paar Nachrichten in das Topic. Und danach kann ich schauen, aha, beim Consumer A sind alle Nachrichten angekommen, beim B und beim C. Wichtig hierbei war, dass jeder von diesen Consumern eine andere Group-ID hat. Wenn ich zwei Consumer oder mehr Consumer in einer Group-ID habe, dann bekomme ich Q-Verhalten. Aber das schauen wir uns ein anderes Mal an. Einen schnellen Einstieg in Apache Kafka bieten unsere zweitägigen Schulungen, die du bei uns auf der Homepage findest. In nur zwei Tagen lernst du Apache Kafka intensiv kennen und lernst alles, was notwendig ist, um Apache Kafka als Message-Broker, als Speicher für das Event-Sourcing oder auch als Streaming-Plattform einzusetzen.